Farbwerte umrechnen in Calc LibreOffice 7.0 Hexadezimal zu Dezimal umrechnen Eingabe des Hexadezimalwertes in die Zelle D4 Auftrennen des Hexadezimalwertes Die Hexadezimalwerte in Dezimalwerte zum Ergebnis umrechnen Dezimal zu Hexadezimal umrechnen Eingabe der drei dreistelligen Dezimalwerte in die Zellen E10, F10 und G10 Die drei zweistelligen Hexadezimalwerte zum Ergebnis zusammenfügen In Feld D11 steht das Ergebnis des sechsstelligen Hexadezimalwerte. Hexadezimalwerte